So Leute, mir beginnt es jetzt erst leider hier, weil das Qualifying, das haben wir schon gefahren. Mike ist auf Platz 1, ich bin auf Platz 2. Das Ganze gibt es auf seinem Kanal nur, weil bei mir die Aufnahme kaputt gegangen ist, weil im Rennen, mitten im Rennen quasi, so mehr oder weniger, ist einfach mein PC abgestürzt. So, und deswegen ist die ganze Aufnahme kaputt und das Rennen natürlich auch nicht gespeichert. Das heißt, wir müssen nochmal neu anfangen. Das macht aber gar nichts. Also ihr habt jetzt quasi, wenn ihr das Qualifying sehen wollt, dann könnt ihr auf Mike's Kanal gehen. Bei mir gibt es das ganze Qualifying, den Start, Mike auf Platz 1, ich auf Platz 2. Ach ja, und die KI-Gegner haben wir nochmal stärker gestellt, das ist natürlich auch immer eine wichtige Information. Ja, das kennen meine Zuschauer jetzt schon alle, das ist ja eigentlich crazy, das nochmal zu sagen, das finde ich dreist. Zehmal, ich kann aber nur mal kurz was reinschneiden hier, oder? Das habe ich nämlich gar nicht gemacht, es hat richtig Spaß gemacht, erstmal frontal in ein anderes Auto reinzufahren. Konnte ich machen, weil eben gar nicht alles abgestürzt ist. Auf jeden Fall ganz sexy. So mache ich das gleich im Rennen, Leute. So, so machst du es. Ja, genau so. Jetzt nochmal. Oh Gott. Ah Mann, sind wir los. Junge, das war echt knapp, weil ich aufs Gas gedrückt habe in dem Moment. Alter. Ich bin in der Wand. Momentan kein Regen. Ja, jetzt starten wir auf RS0 und... Oh, du bist so dumm. Jetzt haben wir einen richtigen schlechten Start. Du hast damit angefahren. Ja, ich bin sicher gefahren. Ich wollte hier ein bisschen pranken. Jetzt haben wir beide einen scheiß Start. Und wir haben noch Hamilton hinter uns. Da kann ja nichts kaputt gehen, oder? Nee, aber... Alles ist jetzt aus. Ja, das hatte ich gerade auch. Und deswegen war mein Start richtig gut. In der Runde gerade eben. Ja, kann ich das riechen, dass ich dich nicht da wegranke? Ja, wenn du in mich reinfährst, kannst du das riechen. Ja, aber ich wusste nicht, dass ich nicht reinfahre. Leute, ich habe gerade eine Fahrstunde gehabt. Das habe ich auch in meiner Folge gerade schon gesagt. Und da ist das alles ein bisschen anders, ja. Und das bin ich nicht so gewohnt. Ich dachte, ich komme da so ganz lockerflockig so vor dich. Und... Hat nicht funktionabel. Schaffen wir. So, da kamen die langsamen Autos hinter uns jetzt angefahren. Endlich mal. Ja, wir sind schon längst hier. Wir warten seit 10 Minuten. Alter, Hamilton, Bottas, dann Raiköhn, dann Vettel... Haben die dich nicht gerade alle überholt? Willst du dazu mal was sagen vielleicht? Ne, will ich nicht. Irgendwie so 10. direkt. Nein, ich war 5 danach im Start. Ich hatte in dem ersten Rennen einen schlechten Start. Wiegt der wieder? Ne, ich war wirklich 5 danach. Komm hochstellen. Ja, der Start war besser. Gut, dass wir jetzt nicht abstürzen. Meiner war nicht viel besser, aber auch nicht schlechter. Oh Gott, Hamilton! Ich mach zu! Ich mach zu! Alter, Leute, ich fahr so vorsichtig. Das ist jetzt so heftig. Verwarnung verursacht hier mit Hamilton und so. Weißt du Bescheid? Diesmal nur Vierter nach dem Start, nicht Fünfter. Diesmal Zweiter und nicht Erster. Leckt mich. Echt? Alles wegen Jan. Ja, Hamilton hat mich ja überholt. Ups. Ey, was? Nichts? Was? Was ist passiert? Hast du einfach bei einem weggraben? Nein! Nein! Was warst du denn da? Oh Gott! Ja, ich bin mein... Das ist mein Freund, Hamilton. Hier kann man schon mal ein bisschen anstupsen. Ich wollte die Kurve halt so ein bisschen schneiden, also... Was denn? Das war ein sauberes Oberhofer. Was warst du denn? Eine Schlangenlinie da vorne? Das war richtig sauber, Alter. Ja? Ich brems richtig hart ab. Wollte ich dir richtig die Chance geben. Alter, fahr mal schneller! Wollte dir richtig die Chance geben. Ja! Fahr schneller! Alter, ich kann dich hier gleich überholen. Achtung! Oh Gott! Wie fährst du denn? Ich bin hier! So was darf nur meine Freundin sagen! Oh Gott, Alter! Was mache ich? Die Runde ist halt so viel schlechter als die, was wir gerade gelöscht haben. Also von mir zumindest. Ja, Alter, es ist ein Chaos. Du bist doch beim letzten Mal am Anfang auch richtig scheiße gefahren. Ja, aber ich war ungefähr fünf Sekunden vor Platz zwei. Ja, weil... Weil die alle schlecht waren. Ja, weil da total Chaos war. Ja, und jetzt machst du hier das Chaos, Alter! Wieso? Ach, Alter, Null! Bringt mich hier Ultra zum Lachen, dann meckert er, dass ich schlecht fahre. Also guck mal, was er macht! Ja, die Kurve kann ich nicht! Ich bin einfach so richtig raus! Ich fahr übrigens wieder auf minus drei Benzin. Oder minus vier vielleicht, oder? Wenn du den Kurven ein bisschen langsamer hast. Wenn du mich überholen kannst, dann darfst du mich auch regulär überholen. Ich hab keinen Bock, vor dir zu fahren. Okay. Ich hole dich irgendwann, wenn du auch. Ich muss ja gar nicht hören. Ich hab Pech gehabt. Loll! Loll! Ja? Mein, äh, DHS ist kaputt. Ja, sehr gut. Weißt du, guck mal wie der winkt! Und dann meckert er über mich! Jaaaa! Junge, geh nicht nah dran. Ja, dann kannst du gleich überholen. Hi! Ich zieh vorbei, innen. Ja, ja. Jetzt zieh der vorbei. Warte, ich mach zu! Ja, ich will in deinem Windschatten fahren, du Boss! Jaaaa! Alles gezeichnet! Das ist nicht so gut, was du grad tust! Es wird so knapp jetzt! Ja, ich will überholen nicht! Ja, ja, pass auf! Ich hab so Angst! Ich will dir ja nicht weh tun oder so! Oh mein Gott, du machst mich fertig, Junge! Wenn ich überholen würde, dann würde ich es dir sagen! Ja, ja, sag's bitte! Und nicht fahr wieder hier! Wie, was haben wir vorhin gesagt? Singapur einfach! Ich wollte ja nur in der Windschatten gerade fahren! Singapur einfach! Alter, wie fährst du denn? Alter, fahr auf! Besser als... Ah, ja! Wahrscheinlich! Das war einmal schlecht grad von mir! Das ist einfach ein Bug, dass man als erster echt schlechter fährt! Guck mal, was ich hier tue! Kannst du bitte überholen? Nee, grad hier nicht! Aber gleich! Ich hab keinen Bock! Ich sag noch so, ich hab keinen Bock vor dir zu fahren! Und dann... Guck dir das an! Was machst du denn? Ich mach hier grad Sicherheitsabstand! Es ist einfach unglücklich! Oh Gott! Oh Gott! Farah hinter mir! Oh Gott! Achtung, ich bin in! Ja, ja, zieh! Ich bin in! Was macht der zieht erstmal von mir raus? Ich wohne! Ich sag jetzt! Jürgen, ich bin einfach viel schneller! Ja, weil du Windschatten bist! Und weil du wahrscheinlich auch Fett und so fährst! Was lachst du denn so dumm? Wir nähern uns dem Boxen-Stattfenster! Warte! Ich kann gleich überholen! Mann! Ich kann nicht mehr aufhören zu lachen! Oh mein Gott! Ich sterb klasse! Das kommt nach vielen Fragen! Ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade uns da durch nach vorne pushen oder eigentlich von langsam fahren! Unglaublich, dass wir es da einfach machen! Wir machen uns auf jeden Fall die Reifen kaputt! Das ist schon mal klar! Oh mein Gott! Alter, ich spuck gar nicht! Ich kann nicht mehr reden! Das kommt auf jeden Fall ins Best-Of! Ich sterb gerade so hart! Leute, deswegen liebe ich F1! Ich bin übrigens aus der Kurve richtig rausgefahren! Sehr gut! Da hab ich mal ein bisschen Abstand hier! Junge, Junge! Was wir machen! Wie die Idioten! Wie solche Irren! Also ich hab gerade gerade, deswegen musste ich auch so lachen! Ich hab mir so halt vorgestellt! Wenn das jemand jetzt sehen würde! Live! Wie wir jetzt so Rennen fahren! So mit der Vogelperspektive! Wie im Fernsehen halt! Die echten Rennen! Der wird sich einfach denken! Was zur Hölle macht Renault da, Alter! Die überholen sich einfach! In jeder Kurve! Der eine überholt den anderen! Dann drängst du mich fast schon ab! Was?! Das sah wirklich so aus! Dann zieh ich wieder richtig an! Weil ich mit ERS und Fett und so fahr! Dann zieh ich an dir wieder vorbei! Dann wieder du bei mir in der Geraden und so! Alter! Ja, das ist ja schon wieder unversteht, dass du hier auf Fett und alles fährst! Ich fahr hier gerade mit Standard und alles! Komplett irre sind wir doch! Ich heul gerade! Wirklich! Das ist... Boah! Dafür liebe ich F1! So ein Lachflash hatte ich echt lange nicht mehr! Also das war echt krass! Das hatte ich echt lange nicht mehr! Nur in F1 wahrscheinlich! Ja! Ja! Also das wird bei mir den Jammer auch immer ganz gut gedacht! Ja, ja! Aber so krass wie gerade! Also ich konnte einfach zwei Runden durchgehen! Also normalerweise war ich nicht mehr bei F1! Ich hab gerade auch die Tränen sprudeln aus mir raus! Ja! Ich bin einfach zwei Runden, also ungefähr zwei Minuten durchgehen am Lachen gewesen! Also wenn du innerhalb von... Also zwei Minuten zwei Runden schaffst, dann wirst du Erster! Ja, ich bin ja nicht unbedingt ganz genau zwei Runden am Lachen gewesen! Ja! 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 Du holt dann wieder auf mit seinem Fettgemisch! Ja, ja! Ich hab jetzt wieder umgestellt! Aber... Ja, ich will ja hier auf minus 4 fahren! Oh, was ist da los? Nicht der Bottas da, sondern Hamilton und alles! Ich will ja auf minus 4 fahren, hab ich ja gesagt! Ja! Weil dann bin ich leicht und kann dann auf Standard zu Ende fahren! Wenn überhaupt! Ich kann erstmal ein Stück fahren! Und dann nochmal auf... Ja, lass du mir mit deinem Standard ist eigentlich auch ein Sheet! Ja, ich bin halt... Sei vorsichtig! Ja, du Sheet ist in... Sheet ist... Ja! Du Sheet ist in F1! Ja! Und du in Fuppe im Moment! Ja! Beide der Ferrari haben sich hier dazwischen geschoben! Ja, hab ich gerade schon gesehen! Ja! Wow! Oh! Ich geh auf die Karte und fahre erstmal fast... Dein Boxfestopfenster ist jetzt offen! Ich soll in die Box? Was? Ja, ich soll auch... Diese Runde... Quasi Ende dieser Runde... Ja, er so diese Runde... Diese Runde... Mach Druck! Es gibt alles! Ramm den vor dir weg! Fahr nochmal auf den Denotraum! Mach richtig Druck dem Typen! Ja, willst du oder soll ich? Wie viel Prozent hast du? Junge, wir haben die... Mein DRS ist halt immer noch kaputt! Wir haben die uns so kaputt gemacht! Wie lang kannst du? Wie viel... Wie viel... Wie viel hast du denn? Mein Herdstar ist 47! Ja, dann fahr du! Also mein Herdstar ist 43! Und was ich schon wieder vergessen habe, das vergesse ich immer! Deswegen fahre ich tatsächlich ein bisschen schlechter! Das macht es nicht so viel aus! Aber auch Reifen schonender ist das! Weil ich bremse immer richtig richtig krass irgendwie offensichtlich! Sodass meine Vorderräder viel weniger belastet sind als die hinten! Deswegen muss ich die Bremsverteilung ein bisschen nach vorne legen! Auf was für... Wie viel Prozent machst du die? Ich mach auf 68 vorne! Und da fahre ich... Dann bin ich halt auch gewöhnt und dann fahre ich die Kurven auch ein bisschen besser! Aber es ist nicht so krass! Aber... Also fahr du rein! 68... 68... Gar nicht zu schnell! Habe ich das auch gemacht! Fahr auf jeden Fall du rein! Ja! Hast du auch vorne immer weniger? Nee, eigentlich nicht... Doch, doch ein bisschen schon! Aber vorne links ist bei mir richtig heftig! Ja, das ist bei mir auf dieser Strecke offensichtlich auch so! Ja! Also nicht richtig heftig! Aber dafür ist rechts vorne ganz ganz wenig! Aber meint der ist immer noch kaputt! Das habe ich auch ein bisschen... Aber ich merke... Also anbremsen ist auf jeden Fall... Übrigens... Ich glaube ja doch ein Mercedes und ein Ferrari ist auch in der Box... Und ein Ferrari hat ein Mercedes in der Box überholt! Ach, heute noch ein Boxenstopp! Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie... Ey, die waren doch schon vorher vorher, oder? Ja, weiß ich nicht! Ähm... Ich merke... Ich hab jetzt gerade was verstellt... Boah, ich bin auf Platz 6 rausgekommen! Was ist das denn? Das ist eigentlich nicht schlecht, ne? Mir wurde vorher gesagt auf Platz 11... Ich merke volle Kanne, dass ich mehr Bremskraft habe... Die auch besser anbremsen kann... Und besser um die Kurven rumkommen als alles! Ich merke, dass ich meine gelben Reifen erstmal warm fahren muss! Das glaube ich dir! Das muss ich auf jeden Fall auch! Kleiner Input für die Zuschauer... Wir haben gerade... In dem Rennen ist einiges auch schief gegangen... Wo auch der PC abgestürzt ist... Und... Das war einmal frei! Da sind wir beide mit Weiß gefahren... Und... Ja, da brauchte man so 2-3 Runden, bis die wirklich gut geworden sind! 2-3? Watt... 25? Ja, mindestens! Also ich habe wirklich... Also... 4 Runden habe ich mindestens wirklich... Ja, sie wurden aber schon nach 3 Runden oder so... Wurden sie schon schneller! Ne! Aber die ersten Runden waren halt richtig kacke... Und die danach waren auch noch kacke! Deswegen bin ich jetzt wirklich auf die gelben gespannt! Ich merke doch schon jetzt so... Am Ende der ersten Runde... Das... Es ist schon ein Unterschied! Aber... Die Runde war trotzdem langsam... Deswegen wirst du auf jeden Fall auch als Erster rauskommen... Obwohl ich als Erster in die Box gekommen bin! Glaube ich zumindest! Weil ich jetzt auch... Ja, ein Mercedes fährt durch! Hamilton hat keinen Bock! Aufgehalten werde!